Musik Ich seh dich. Und hoch und rüber. Und hoch und rüber. Oh, ist es nicht unsere Aufgabe, solchen Jungen zu helfen? In der Zwischenzeit muss ich ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Was soll ich denn tun? Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit, den Ort zu gehen. Sie müssen es einsehen. Rede morgen mit ihm. Okay? Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Schwester Catherine. Wow, meine Akte. Ich muss zu dem Fenster. Na los, Bewegung, Schwester. Nathan. Ich kann mich, ihr Mann. Ich kann mich, ihr Mann. Schester Catherine. Oh, Mist. Ah, Schwester Catherine. Ich habe die Schlüssel wieder vergessen. Könnten Sie mir auch... Ich komme, Vater. Ich komme, Vater. Ich komme, Vater. Komm schon. Ich komme, Vater. Ich komme, Vater. Ich komme, Vater. Fast geschafft. Sam? Oh, du musst lernen, auf dich aufzupassen. Okay. Schön, dich zu sehen, kleiner Bruder. Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle... Nathan, Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay. Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann nicht bis Weihnachten warten. Was? Ist es draus? Wie war das mit dem Ärger noch? Das ist deine Ausnahme. Aha. Guter Sprung. Komm. Hier. Schwede bist du leicht. Geht die Schwester genug zur Futter? Ziemlich leer hier. Wo sind alle hin? So ein Bibeltreffen. Äh. Hier erinnere ich mich. Wie geht es, Pater Duff? Er ist der einzige nette Kerl hier. Sag ihm doch mal Hallo. Nee. Keine Lust auf Schuldgefühle. Geht die Schwester. Was ist das? Vier lang. Okay, wir sind gleich da. Das war leicht. Verdammt. Kein Türkeil. Doch schon. Nun, das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau so. Und jetzt geht's ab nach oben. Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. Hier, komm schon. Du bist dran. Und was hast du so gemacht? Vor allem gearbeitet. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja. Weißt du? Ähm, mal ja, mal nein. Hast du L? Ja, nein. Oho. Okay. Okay. Ohne Mummen, kein Rud. Uah. Uah! 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 Denk nicht darüber nach. Du schaffst das. Na los, Nathan. Hab dich. Siehst du? Kein Problem. Ja. Echt kein Ding. Bleib bei mir. Ziemlich cool, war's? Ja, voll. Hier durch. Direkt hinter dir. Der war ein Sprung. Okay. Okay. Durch die Mitte. Schön vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ups. Ist das eine Sünde? Ich glaube ja. Geh bis weg, mein Freund. Bereit, Nathan? Ja. Okay, weiter. Hier. Hey, die Ton hoch. Los. So hoch kann ich nicht springen. Okay, geh einfach um die Ecke. Schöner Ausblick, was? Ja. Nicht schlecht. Warst du schon mal hier oben? Du meinst auf diesem Dach hier? Nein. Aber du kennst den Weg, oder? Mehr oder weniger. warte hier. Warte hier und schau mir zu. Du schaffst das, du schaffst das, Nate. Okay, mach nur. Du musst zu viel nachdenken. Oh Mist! Komm! Geschafft! Ja, natürlich. Hier, folge mir. Weißt du was? So, jetzt bist du mal dran. Echt? Ja, echt. Ich folge dir dann. So geht das, Nate. Okay. Dann mal los. Woo! Okay. Okay. Nach dir. Jetzt runter. Genau so. Und draußen. Okay. Sieh mal. Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Die ist geklaut. Wow. Ich klauen? Ey, du solltest wissen, ich hab mich geändert. Ihr kauft von meinem schwerverdienten Geld. Ja komm, spring auf. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes. Aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Für ein Jahr? Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da. Okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey halt, ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Jahren rauskommst... In ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komm selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Wenn du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey, das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da. Oder? Stimmt. Tja, weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Mams Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenn den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und es holen. Du meinst still? Es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Bist du bereit? Oh ja. Ja. Das wird besser als ich erwähne. Ja. 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 Wir werden mit dem Lallos 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 Golfealos Hingada, este gringo sabe pelear, eh Pumpele el brazo Tú lo empezaste, pero gusta esto Elimíralo Estás muerto Gefan, ¡vuelve! Ver, ¿cómo te sales de esta cara? Déjalo sin viento. ¿Qué tal esto? Los Ejimos. ¡Lamateado! ¡Gárrenmelo! Gustavo, lucha como un hombre. ¿Qué? ¿Qué puedes hacer? ¡Sí, Gustavo! ¡Puedes hacerlo! Esto es por meterte con nosotros. ¡Dale! Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¡Sí, Gustavo! ¡Dale una paliza, amigo! ¡Viste! ¡Te voy a matar con mi mierda! ¡Derrotas a gringo, amigo! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Dale una paliza! ¡Amigo! ¡Ya basta! ¡Dale una paliza! ¡Dale una paliza! ¡Dale una paliza! ¡Ya basta, idiotas! ¡Suéltame! ¡Eso no fue un juego! ¿Eh? ¿Verdad, Kleiner? ¡Te voy a matar! ¡Dale una paliza! ¡Hey, Ruf! ¡Me ganme, tú! ¡Gracias por aquí! ¡Te voy a sacar a tiras por el culo! ¡Solitaria! ¡Cájalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! ¡Abre! ¡Ah, komm! ¡Wie lange soll ich hier drinbleiben? ¡Ah! ¡Wo ist die Toilette? ¡Direkt vor dir! ¡Viel Spaß! ¡Werde ich haben! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!